Sehr verehrte Damen und Herren, Sie sind Zeuge eines noch nie dagewesenen Spektakels, nämlich das Koop-Chaos Season 2 mit der Funky Labrad, eigentlich einem Einzelplayer-Playstation-Move-Spiel, was jetzt aber der Graf und ich völlig verrückt, da sieht man jetzt den Grafen übrigens und mich auch daneben, aber nur leicht verschwommen. Ah, da waren wir kurz da. Jetzt haben wir kurze Bilder von uns sehen lassen. Ja, wie kommen wir eigentlich auf so einen Schwachsinn, das so zu machen? Weiß ich auch nicht. Also wir haben das jetzt ganz toll aufgeteilt. Wir, Graf und ich, bilden jetzt quasi diese Ratte in Personalunibungen. Ich, äh, ich, äh, mein Name ist immer noch für's Lustig. Meiner ist auch immer noch für's. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Kompetenzen so verteilt, der Graf ist der Herr über die Taschenlampe, die diese komische Baus hier, die Ratte, meine ich, hat. Und ich bin aber der alleinige Herrscher über die Bewegung. Das heißt, eigentlich mal alles der Graf, ich laufe nur. Aber wir haben es, äh, noch untereinander so aufgeteilt. Das klappt schon mal gut. Das, äh, dass ich, äh, die ganzen Zeitsteuersachen mache. Und, äh, und, äh, ja, sowas. Genau. Und da zeigt sich jetzt, wie gut wir eigentlich wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ich glaub, ich kann den Quadrat nicht drücken, ich muss das Quadrat drücken. Aha. Okay. Erstmal da hinten hin, oder? Boing. Ja, das klappt ja schon ganz gut. Achso, ja, die komische Tür darf man nicht... berühren, solange der komische Nebel nicht weg ist. Das war doch jetzt schon mal ziemlich gut. Ja, das fand ich auch. Guck mal, und alles geschafft. Perfekt man. Starke Sache. Ich bin fast ein bisschen jetzt auch beeindruckt von uns. Ja, was ist hier eigentlich? Achso, äh, so, Quadrat um, äh, am Anfang. Also quasi so ein, so ein, so ein Restart. Oh, 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 oh. Wir müssen die Pillen sammeln. Lieber Graf. Ja, ja. Ja, sehr gut. Der Graf sammelt doch Pillen. Perfekt run, Leute, hier. Das läuft bis jetzt ziemlich gut. Ja. Ich, äh, ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, dass das auch so weiterlaufen wird. Press, was, wen pressen wir? Krall. Aber jetzt sind wir da schon runtergefallen hier. Kommen wir da mal wieder hoch? Für mich nicht. Aber das macht... Doch, das macht doch. Können wir nochmal wieder neu machen? Ja, Quadrat. Gedrückt halten. So, und jetzt musst du nämlich, äh, mit Kreis und Zeit anhalten. Und jetzt kannst du nämlich diese Holzblöcke da verschieben. Mit dem Patschelhähnchen. Ja, ich glaub, ja, du musst irgendwie da hin. Genau. Das machst du ganz toll. Also, das klappt ja, wie, eigentlich, ne? Ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Perfekt run. Das ist... Wir sind ja ein eingespieltes Team, ne? Ja. Ob wir wieder die Zeit anhalten? Ja, wir haben drei Pausen. Also, wahrscheinlich für... Alle drei Dinger da. Warte mal, gestern wir mal hier hin. Und jetzt? Achso, wir kommen da gar nicht hoch. Ne. Aha! So ist das also. Ja, dann müssen wir nochmal Pause drücken. Jetzt können wir es, glaub ich, auch schon nicht mehr von den Pusen schaffen. Ach, klar. Weil wir können ja weit springen. Zwei. Hazerel. Hazerel. Also, wie das läuft. Perfekt war. Ja. Ja. Ja, nun etwas mehr Koordination, bitte. Ist das geil. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Was ist das? Perfekt run, oder? Ja, perfekt run. Ist das geil. Beim ersten Versuch, eigentlich. Genau. So, was ist jetzt Sache hier? Oh, hä? Jetzt wird es schon kriminell. Ja, guck mal, da kommen wir gar nicht ran, da oben. Da müssen wir quasi mal... den Kollegen hier nehmen, ne? Ja, das geht aber jetzt auch nicht so einfach. Ja, dann mach doch mal Pause. Wieso? Dann müssen wir die anderen ja auch noch kriegen, oder? Kommen wir gar nicht ran, wenn das so hoch ist. Weiß ich nicht. Das war quasi Rattenscharf. Ja. Lustig. Also, ich finde, wir sollten das öfter machen. Wir spielen jetzt einfach alles immer, was man Koop spielen kann. Also, nicht Koop spielen kann, im Koop. Genau. Demnächst Red Dead Redemption. Was ist hier denn los? Der Graf benutzt die linke Hälfte des Kontrolles und ich rechne. Was ist das jetzt? Hold down. Ja, da kannst du ein bisschen zurückspulen, die Zeit. Wenn du nicht alles komplett rückgängig machen willst. Aha. Aber wir sind ja eigentlich so gut, wir brauchen das gar nicht. Ich bin für die, wir werden es irgendwann gebraucht. Ja, ich glaube auch. Ja, jetzt müssen wir nämlich die Zeit zurückdrehen. Nee, jetzt musst du das, das, das Holz da, musst du mal gut hier rüberruhlen. Und dann wird das ja auf den Rädern, ne, wird das ja mitgeschlitten. Ja, genau so. Jetzt muss man auch schnell rüber springen, der Aktion. Geil. Ja, besser als Perfect Run geht nicht, ne? Bist du auch so begeistert wie ich gerade? Ja. Das läuft wie geschnitten Brot hier. Oh, Wut. Ja, dann bau mal was. Ich befürchte, wir dürfen das da unten nicht berühren. Das ist wirklich. Das wird nix. Das müssen wir erstmal zur Seite stellen. Ach so. Ja, der Graf ist Hobbystatiker, wie man sieht. Das sieht auch schon wie ein ganz gutes Haus vom Ikulaus aus. Okay, so. Soll das doch springen. Hab ich doch. Nee. Ich fürchte, das war kein Perfect Run. Nee, das glaube ich auch. Nee. Nee. So, und jetzt? Ja, weiter. Das war ein Perfect Run der Herzen. Genau. Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Muss ich wieder basteln? Hast du nicht mal basteln? Nee. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Rolle, dass ich eigentlich gar nichts tun muss. Oh, das wird nix. Nee, so nix. Du kannst auch die Dinger kannst du auch immer so hinziehen, dass wenn sie rot sind, dann kannst du schon die Taste loslassen und wenn du es dann weiter nach oben ziehst, dann wird es halt im frühstmöglichen Moment losgelassen. Wenn du es noch schließt, was ich mache. Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war nix. Dann spul mal zurück. Soll ich zurückspulen? Ja. Ich meine eigentlich komplett. Ach so. Wie geht das denn noch? Ach so, ja, hier, der hier. Ich bin gerade überfordert. Okay, bevor du gleich wieder Pause ausmachst, ich werde gleich sofort loslaufen. Zum Springen und so. Weißt du? Okay, los geht's. Spulein und los. Freunde. Haha. Freunde. Der leichten Unterhaltung. Perfect Run, ne? Bitte. Ja. Bitte. Darauf erstmal. Was soll da jetzt noch kommen? Guck mal hier. World 0. Die hatte uns nichts entgegenzusetzen, diese World 0. Hamer. Hamer. Miesi. Ach so, muss ich drücken, ja. World 1. First Steps. Du musst hochschwimmen. Ach so. Oh, guck mal, das gab es sogar eine Trophie. Ja. Okay. Now you can zap any level. Okay, überspringen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen überall perfekt ran machen. So, was machen wir jetzt hier mit? Äh, ja, irgendwie einen Turmbaum. So? Hm. Weiß ich gar nicht. Ja, das... Oder kommen wir auch darauf, wenn wir nie hoch kann, hinstellen? Noch mal. Noch mal. Noch mal. Das ist das geil. Juhu! Ja hier bitte? Ja. Das ist geil, ey. Bitte! Ja, kommen wir dahin so weit? Nee. Mach mal so, ne? Nee, mach mal auf die andere Seite. Was? Ja, also, weil da ist ja noch eine Pille so halb in der Luft. Aha. Warte doch! Komm, revinnt. Warte, warte. Eins, zwei, drei. Warte mal! Ist das geil? Oh Gott! Los jetzt. Ja, jetzt mal ein bisschen, aber auch mal ernst an den Spaß, ne? Wie es für diese Situation angemessen ist. Ich möchte tauschen. Nein, möchte ich nicht. Komm, bis jetzt hat es so gut geklappt. Auf geht's jetzt. Und sprengen. Hahaha. Ist das hilfstig. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du mir eben erzählen wolltest. Wie was? Mit dem hinlegen, wenns gut ist und so. So. Oh, jetzt wird's kriminell. Bist du bereit? Ja. Ja. Ha! Ha! Soll ich mal versuchen, da runterzulaufen? Bestimmt. Rewind! Ja, kacke! Warte! Wo brauchst du denn jetzt? Ja, den kommen wir doch nicht hoch. Ach so. Wir kriegen doch den Kollegen hier nicht. Wir kriegen doch den Kollegen hier nicht. Ja, jetzt kommen wir hier. Wir haben doch einen. Wir haben doch einen. Aber jetzt stehe ich da. Ist ja egal. Ist ja hier stehen. Na gut. Na gut. Also hier haben wir uns schon immer nicht mit rumbekleckert. Na gut. Egal. Ich werde, wir werden ab jetzt keine einzige Perfekt mehr machen. Nobody is Perfekt. What? You can pause the game while jumping. Ach ja. Okay. Ja, das war jetzt dumm. Das wird doch nex. Ja, ich hab's jetzt auch gestanden. Okay. Ist das geil. Bist du bereit? Und los. No way. Ich will nicht mehr. Ja. Ist das geil. So, warte. Warte, warte, warte. Okay. Ist das geil. Jetzt springen wir daneben. Ja. Das ist das Witzige, was wir seit langem gemacht haben. oder wie. Ja. Ach. Ich lache Tränen. Ja. So. Ja. Ja. Ja, da ist gut. So, warte. Jetzt erst wieder Konzentration. Okay. Auf drei. Ja. Drei. Du blöder Idiot. Los. Bleib doch stehen. Ich will den gleich tauschen hier. Und los. Und los. Oh man. Aber es ist auch echt extrem witzig. Ja, schon so. Und los. Mit entsprechendem Atyl auf dem Kessel. Und los. Ja. Hä? Ja. 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 So. Jetzt läuft das hier aber. Und los. Oh nein. Oh ja. Jetzt los. Bist du nur ein Sekt? Ja. Ja. Zielwasser. Und los. Und jetzt daneben. Ob das was wird? Puh. Perfekt run. Perfekt run, ja. Also, anders kann ich das nie beschreiben. Oh. Herrlich, ich. Oh, das ist aber echt Koordination, ne? Ja. Boah. Wat? Was ist jetzt hier los? Was müssen wir tun? Und wenn ja, warum? Das erstmal ausprobieren. Achso, wir müssen wieder springen. So wie hier. Und los. Huh. Wir müssen jetzt hochspringen und dann musst du den ollen Balken auf den Häschen setzen. Also, mach mal mit Anlauf von ganz links, so. Ja, was denn? Machen wir schon noch los? Ich wollte erstmal brecken, die ganze Geschichte. Ja, ich kann mich ja nicht ganz links hinstellen, dann fällt der ja runter. Oh, warte. Okay. So, und? Los. Okay. Sieht gut aus. Das sieht wunderbar aus. Das sieht wunderbar aus. Oha. Was? Die kann man bewegen. In der Pause. Den kann man bewegen in der Pause. Oha. Diese Jump Pads. Ich hab ne Idee. Wir springen jetzt hoch. Ja. Dann springe ich hier hin. Und dann in der Pause setzt du das Ding hier aufrecht hin. Und da packst du das Pad drauf. Das ist gut. Aber kriegen wir da die anderen? Ah ne, ne. Dann machen wir erstmal... Oh, warte mal. Springen wir an. Wir haben zwei Pausen. Ja, dann machen wir das erst folgendermaßen. Du lässt ihn erstmal so wie er ist. Genau. Und ziehst ihn aber ein bisschen rüber, oder? Den ganzen Shit. Ja genau, lässt ihn aber da halt. Und jetzt? Ja. Dann wieder zum Läufchen. Und jetzt fallen wir schon rum. Nee. Alles klar. Und los. Also. Geil. 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 Perfekt wahr. Geil. Boah, Alter, ey. Oh, was wird das denn? Oh, sowas kann ich ja gar nicht, ne? Oh, das kann ich. Dann müssen wir auf dem Ding rum balancieren hier. Oha. Ich prophezei jetzt. Das wird... Ja gut, okay. Aber wir müssen den anderen da wieder kriegen. Also wieder rüber. hua, hoh, hoh. Wehh. Hehehe. We, mea. Hehehe. 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 Ja, jetzt musst du das Ding da in die Aussparung. Genau. Wir sind bereit. Ja. Und los. Alter. Also man merkt einfach, wir sind schon auch eingespielt. Ja. Wir wissen, was der andere... Ach du Scheiße. Wut. Boah, Alter. Ja, dann erstmal bauen, ne? Ja. So, okay, ich laufe und zwar jetzt. Oh, das könnte knapp werden. Der geht. Ja, aber wir müssen, wie es geht. Bis jetzt taten uns Kommandos ganz gut. Ja. 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 Ich laufe jetzt los. Ja. Und zwar jetzt. Oha. Es wackelt bedächtig. Der Turmbaus. Und los. Das ist mit schon wieder so'n Scheiß-Teil. Puh. So, komm, jetzt war meine Ehe. Ja. Das halte ich dir. Komm. Dauer hier. Ja, das war meine Schuld. Ich gebe es zu. Ja, du kannst auch mal Schuld sein. Oh, der wackelt aber. Oh, der wackelt aber. Okay, und 3, 2, 1, los. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Und 3, 2, 1. Ne, warte, 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 warte. 1, 2, 3. Oh. Oh, oh, oh. Meinst du, er wird was? Schnell. Du hast aber auch die Reaktionszahlen angeht wie ein Stein. Ja. Reaktion wie eine Wanderdüne. Wie ein Panther. Ein toter, über den Zaun hängender Panther. Das fängt schon an, in der Brust weh zu tun. Ja. Jetzt hab ich den Trigger gemacht. Aber wir mussten voll einfach rein, es wird nicht einfach. Ja. Aber komm. Ja. Jetzt machen wir mal wieder ernst, wir haben ja eigentlich nur Spaß gemacht jetzt die ganze Zeit. Wir sind auch gar nicht gewonnen. Nee. Zweier Typ auf dem Kessel und ein Spielspiel. Warte, warte, warte. Okay. Und. Drei. Zwei. Eins. Los. Wieso springt der denn? Oh je. Drückst du immer noch den Trigger? Nein, ich drück springen. Nein, ich drück springen. Und. Drei, zwei, eins. Los. Oh, der kann zu weit gehen. Oder? Nee, ich kann glaube ich gegensteuern. Dann steuern. Dann steuer gegen. Zu weit gegensteuern. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Nächste Konzentration. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ich glaube aber ist wirklich einfacher. Ach jetzt müssen wir hier die Jumpies da holen. Ach du Scheiße. Die müssen beide hierher. In unseren und in den daneben. Ja. Wir stehen dafür gut. Warte. Ach. Ach. Springen wir gleich in eins durch? Ja. Ich muss mal nach unten läuchen. Ja. Oh. Mach den mal so'n bisschen auf die linke Ecke, dann müssen wir noch den anderen da oben fliegen. Gehen wir noch. Ich will schon wieder gelaufen. Ja, geht aber noch. Es ist aber auch ein Trauerspiel. Oh, witzig. So, aber die erste Welt müssen wir noch schaffen. Auf jeden. Ich bleib einfach still. Okay. Das ist ja lustig, ich mach nichts mehr. Achso. Achso. wieso was ist? na irgendwas haha, ich hab nichts gesehen mach den mal auf die Kante da hier? ja genau weißt du nicht wer sich runterrutscht? nöööö ich glaub eher dass wir runterrutscht soll ich mich mal darüber wagen? ja ok ok, 3, 2, 1 das wird jetzt schon Saksha! Saksha! immerhin haben wir bis jetzt immer alle Pillen gefunden ja ach du scheiße was zum Teufel ist das denn? muss man die vielleicht auch, die kann man bestimmt auch drehen da oben hoch äh, verschiedene muss man die bestimmt irgendwie hochziehen dass die so ne Art Treppe bilden ja genau, irgendwo und den mach mal ein ganzes Stück höher damit wir die da oben noch kriegen so? ja genau mhm, bitte! das war ja leichter als gedacht ja war das mal ne Ansage perfekt waren ja Welt 1 geschaff, ne? 64 von 64 Pillen das soll uns mal irgendwer nachmachen ja ja was jetzt, ne? was jetzt? tja ja lassen wir hier erstmal erstmal dabei kurzen Karten machen tschüss 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 tschüss